Nach all den Kämpfen, die Sie unter Lebensgefahr gewonnen haben, wie konnte er das nur tun? Wir glauben, er war für das Verschwinden Dr. Selinskis verantwortlich. Auch den Anschlag auf sich hat er akribisch inszeniert und der beschuldigte General Krukow. Seien Sie bereit. Das Schicksal der Sowjetunion liegt nun in Ihren Händen, Kommandant. Die Alliierten erholen sich noch von den Geschehnissen auf den Osterinseln. Die letzten von ihnen sind bereits in den Vereinigten Staaten. Ihr Präsident, der die Welt auf uns gehetzt hat, verteidigt jetzt ganz allein sein geliebtes, schönes New York. Ganz allein? Okay. Und wenn der Premier jetzt weg ist, dann sind wir doch eigentlich Chef hier, ne? Na gut, willkommen zu einer neuen Folge von Command Conquer a la Stoffe Road 3. Wir haben die letzte Mission, die Off-Soviet-Zette, vor uns. Wir spielen jetzt die Mission New York im Solo-Modus. Wir müssen den Kampf zu Ihnen tragen, Genosse. Brennen wir diese Bastion des Kapitalismus bis auf die Grundmauern nieder. Wir müssen dem Kapitalismus ein Ende setzen und New York City befreien. Aber seien Sie vorsichtig, General. Der Feind kann Truppen in Sekunden verlegen mit seiner Chronosphären-Technologie. Die Truppen hier sind höchst motiviert, weil nun endlich der Tag der Abrechnung naht. Die Entscheidungsschlacht naht, Kommandant. Unsere Ziele sind die alliierte Festung in New York City und die Freiheitsstatue. Die Alliierten erwarten uns und werfen alles in die Schlacht, was sie haben. Rücken Sie also sehr vorsichtig vor. Stürzen Sie das Symbol Ihrer Tyrannei, die Freiheitsstatue. Nach dieser symbolischen Geste bleibt den Alliierten keine Wahl, als sich der russischen Revolution zu unterwerfen. Da bin ich halt gespannt. Die Alliierten sind in Alarmbereitschaft. Aber wir haben ein paar Terrordrohnen abgesetzt, die in der Stadt für Angst und Schrecken sorgen werden. Stören Sie das Alliierte vor, dass unsere Invasionstruppen einfliegen können. Ungesehen. Neues Einsatzziel erhalten. Gehen wir ein wenig Gassi mit diesen Terrordrohnen. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Okay, ich wusste gar nicht, dass die Urkunde Dauer machen können. Oh, hier ist es auch gar keine mehr. Ich frage mich manchmal ernsthaft, wo die immer den Nachschub wieder nachher wollen. Der Erzabbau in Fort Bradley wurde gestoppt. Sie sind entschieden zu weit gegangen. Doch diesmal werden wir für Sie bereit sein. Kommt schon! Ihre Invasionstruppen sind unterwegs. Bleiben Sie auf Empfang. Ihre Invasionstruppen sind eingetroffen. New York wird vermutlich bald in Kommando Gratum benannt. Elektroden initialisiert. Neues Einsatzziel erhalten. Wo haben Sie eigentlich diese Tesla-Panzer her? Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Na dann, rücken wir mal vor. Vorrücken. Stellen wir ihr Gemüt auf. Zeit für einen Stromstoß. Der ist geröstet. Eine Einheit wird angegriffen. Gonechno. Wie ein Christbaum. Vorrücken. Hey, hey, hey. Der soll ja keine. Den Erzmeer abbauen. Aufladung läuft. Der ist geröstet. Hört sich gut. Isolieren nützt auch nichts. Stellen wir ihr Gemüt auf. Zeit für einen Stromstoß. Auf zur Erleuchtung. Aufladung läuft. Ich bring die Stromrechner. So, was ist das hier irgendwie für ein Ding? Ich bring die Stromrechner. Ach, uuuh. Nicht schlecht. Keine Einheiten verstecken. Cool. Ich bring die Stromrechner. Wieso sie klein ist? Es reicht. Ich werde die Alarmstufe erhöhen. Energie. Wie in alten Zeiten. Hör ihr roten Spinner. Da ist noch etwas, wovon wir die Alliierten noch schnell erlösen sollten. Ihr hohles Symbol der Freiheit. Zerstören Sie die Freiheitsstatue, dann bauen wir unser eigenes Monument. Dann wird es offensichtlich, die kommunistische Revolution ist zur führenden Macht geworden. Neue Bauoption. Neues Einsatzziel erhalten. Wird gebaut. Baum am Kran. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wir stehen kurz davor, etwas ganz Großes zu vollbringen. Und ich wusste immer, dass ich dieses alliierte Park eines Tages vernichten würde. Chris wird mir viel Vergnügen bereiten. Feindliche Einheiten entdeckt. Unsere Verbündete... Tesla Panzer einsatzbereit. Schnell wieder Blitz. Tesla Panzer. Plan für die Wacuum-Bombe des Premierministers stehen Ihnen jetzt zu verfügen. Schilde aktiviert. Herzlich gut. Bau am Schlosser. Die Waffenfabrik ist los. Ein super Reaktor. Sind eine Alarmbereitschaft. Kampffreigabe erteilt. Nächsten habe ich noch einen hier. Schnell Pilot. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Äh, wie gesagt, überhaupt einer hier. So rum. Führt ein Schuh draus. Wird gebaut. Einen wäre schlecht. Eine Einheit. Überspannungsschutz aktiviert. Wir sind der Willen der Stabilisierung. Dann los. Feindliches Kommando geortet. Ja, schießen wir sie ab. Bau abgeschlossen. So, das Kriegslabor brauchen wir definitiv auch. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Dieses Gebiet gehört uns. Ah, ich denke mal, ich werde gleich noch einen Reaktor bauen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Neue Bauoption. Na geil. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Flacktrooper meldet sich zum Dienst. Neues Bonusziel erhalten. Oh, Stuttgartner-Punktee! Okay, setzt sich noch welche hin. Ja. Flakdrubber meldet sich zum Dienst. Dann reicht halt auch erst einmal. Dann ist der Aufgrund hier zumindest nicht gesichert. Flakdrubber meldet sich zum Dienst. Wird gebaut. Flakdrubber meldet sich zum Dienst. Lass einfach die Tür offen. MIG bereit für Erkundungsflug. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. MIG bereit für Erkundungsflug. MIG bereit für Erkundungsflug. So, da können wir noch drei reinsetzen. Ausbildung. Machen wir noch Tester-Trupper. MIG bereit für Erkundungsflug. MIG bereit für Erkundungsflug. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. MIG bereit für Erkundungsflug. MIG bereit für Erkundungsflug. Okay MIG bereit für Erkundungsflug. Wir sind jetzt soweit erst mal bereit. Ein Hafen fehlt uns noch, ein Hafen fehlt uns noch. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Unterbrochen. Unzureichende Mittel. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Bau abgeschlossen. Wir müssen auf jeden Fall übersetzen. Die Union braucht Erz. Magnetsatellit bereit. Ziel wählen. Orbitalschauer bereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Okay, damit haben wir schon mal einen guten Teil weggeflutscht. Ziel wählen. Feindliches Kommando geortet. So. Okay. Was bauen wir jetzt am besten? Robote? Wird gebaut. Selbst wenn ich eigentlich auch die Vakuum-Bombe... Ah, da ist er. Da brauchen wir Strom für. Okay. Feindliche Einheiten entdeckt. Strom. Wird gebaut. Kommt sofort. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Unterbrochen. Unzureichende Mittel. Akula, ob er bereit für den Tauchgang. Na komm. Bauchmittel. Finanzielle Mittel. Bau abgeschlossen. So, wie teuer ist das Ding hier? 2,5. Unzureichende Mittel. Jetzt bin ich aber richtig sauer. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Errichten Sie in der Nähe der Fort Bradley Erzminen eine Basis für zusätzliche Ressourcen. Unsere Twin Blades können Infanterie und Fahrzeuge über den Fluss transportieren. Wir sind so weit gekommen. Feindliches Kommando geordnet. Hier wird doch jetzt hoffentlich gegrillt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Äh, nein! Das kann nicht sein! Ich... Diese Wölfin hat wie eine Löwin gekämpft. Das gebe ich zu. Na ja. Na komm, machen wir die 2,5 voll, bitte. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Magnetsatellit bereit. Ziel wählen. Ich bin alles fertig mit dir. Keine Gnade. Ich wusste, dass das passiert ist. Sehr gut. Rot der Himmel. Wir warten. Und immer, dass die Hansjahr bleibt. Ich rate Ihnen gut, sich nicht zu früh zu freuen. Ich werde die Alarmstufe nochmal erhöhen. Ziehen Sie sich jetzt warm an. Alarm. Chronosphärenanomalien geordnet. Und darauf haben wir doch gewartet. Teilchen wir diesen Shandflag. Teilchen wir diesen Shandflag. Unser Stüpfund wird angegriffen. Gut, dann kommen wir jetzt theoretisch. Wie spät ist es? Geht immer schon da rüber. Das kann ich tun. Freundlicher Stützpunkt entdeckt. Wird gebaut. Kampffreigabe erteilt. Dann raus. Dann baue ich das Krankenhaus. Halt ja glaube ich nur Infanti. Was darf es sein? Na gut, dann machen wir es mal in Folge. Wir sind spitze, bedenken ich. Bis dann. Wir haben die Börse überzeugt, unseren aufrechten Krieg finanziell zu unterstützen. Hurricane Fett. Wir sehen uns und bei den besten Wagen. Ich nächsten Mal. Noch dann. Okay. Dann war ich was.